moin servus moin willkommen zu einem neuen part von gta 5 mit mir den pascal youtube heute in diesem part spiele ich mit michael im letzten part er hat franklin michael von diesen chinesen gerettet die ihn ja entführt haben weil die chinesen ja dachten dass michael und trevor zusammen wären wenn euch dieser part gefällt von gta 5 dann bewertet ihn gerne mit einem daumen nach oben und abonniert den kanal und aktiviert die glocke um keine weiteren parts von gta 5 zu verpassen was ist da denn los die ballade von rocko erledige rocko so 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 aber ich hab von diesen generationen dinge mit diesen person generation buchstaben überhaupt nichts irgendwie so spürte mich die generation gegeneinander aus Die haben gegen die Haftbombe geschossen, also deswegen. Ich würde gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von diesen Generationennamen haltet, so Generation Z und so, Generation Rai, also ich halte davon persönlich halt nichts. Geht! Geht! Oh, sorry. Oh, I gave you a chance! We got a deal! I think I'm going to shoot a lot more, instead of shooting. I tried to play nice! Oh, my God! Where are you going, tough guys? Holy fuck! No way! Oh, my God! Oh, my God! Oh, I gave you a chance! Oh, my God! Oh, my God! No way! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Alter, ich bin überspring die Scheiße, ganz im Ernst. Ich bin nur ein Paraplegiker, aber du kannst nichts zu fühlen. Oh. Ja, natürlich. Ich werde gleich weiter. Oh, mein Gott! Komm in! Komm in! Danke, danke, danke. Ja, in Ordnung, vielleicht bin ich für den Film-Business, oder? Mein Freund, du bist ein sentimentaler Typ, mit 0 Artistic Training und nichts interessantes zu sagen. Ich würde sagen, du bist überqualifiziert. In Ordnung, shut up! Und schau mal an... ... das. Oh. Oh. Fuckin' A. Feels gut, nicht wahr? Feels like, ich hab endlich etwas gemacht in meinem Leben. Ich habe tatsächlich etwas gemacht. Ein Film. Willkommen in der Show-Business. Nichts, aber nicht wahrzunehmen, wird niemals wieder wieder fühlen. Ha, ha, ha. Okay, Michael, komm mal. Ich zeig dir ein paar Russen. Ich denke, du wirst es lieben, aber es wäre toll, wenn du deine Noten hörst. Hey, Baby. Ich wollte dir einfach sagen, dass ich endlich etwas mit meinem Leben mache. Ich mache ein Film. Ich mache mich. Ein realer. Ich kenne mich. Nein. Bestanden de Ballade von Rocco. Ist! Oh Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir müssen etwas wirklich, wirklich schlecht machen. Also, ich muss mich als ein richtiges Magnet des Textiles machen. Also, du hast nichts zu machen? Nichts sieht mehr auswählen in Amerika als jemand, der bereit ist, um etwas zu machen. Jesus. Was für dich? Oh. Pocken, Trevor. Wir haben ein paar Probleme. Brad. Ja, was noch? Insofern, das Unions-Depository ist aufgrund für heute. Ich kann es nicht ohne ihn, besonders jetzt, dass er weiß. Danke, Gott, dass ihr hier seid. Du alleine? Davey, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf dem Weg. Ja, sie sind hier. Hey, hör mal. Die Scheiße ist auf den Faden. Unsere ganze Leben zusammen ist nichts, sondern eine Reihe von Faden und Scheiße. Sort das Problem für mich, und ich werde Mr. Leisure-Ware aus deinem Bein. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in die Kirche, und du wird getötet. Ah, mach dich, Dave. Ich habe es schon gehört. Nicht so wie das, du hast. Er hat dich gegründet? Oh, ja, er hat. Er hat uns gesagt, dass wenn wir tun, was du sagst, dann zusammen können wir den großen, schrecklichen Wolf, das ist die Regierung-Korruption. Ja, und wenn du nicht? Wir werden alle sterben. Weil die Agenzie ist mit uns. Ich habe sogar ein paar Leute in unserer eigenen Büro, die fragen, meine Methoden. Ich bin... ein Leiter! Ein Leiter! Ein Kind von Körner! Und ein Thief! Also? Also... Es gibt ein paar... Ebenen. Und ich brauche euch, die Leute zu finden, was sie wissen. Okay, also was? Wollen wir Lester hier zu hacken in das System und es alles wegziehen? Oh, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Das ist nur eine Art von Körner. Die einzige Art von Körner ist durch deine Gebäude. Fuck mir. Michael... Du solltest mir einen sehr großen Weg machen. Und wenn du das machst, werde ich sicher, dass alle deine Daten, verletziert werden. Ich versuche dir. Hey! Das ist die letzte Sache, die wir tun. Und wir sind fertig. Period. Natürlich! Ich bin ein Mann von meinen Worten! Dave, gehen wir! Komm schon, Lester, lass uns gehen. Gute Glück, Damen und Herren! Steig in dein Auto! Geh uns zum FIB-Bilding. Parkingloch entrance. Also, hast du eine Idee, wie wir das machen? Schöpfe es raus? Nicht wirklich, aber ich dachte, wir würden einen Weg finden, in das Gebäude. Wir gehen in durch den Parking-Lot? Nein, nein, nein. Wir warten für jemanden raus. Ein Janitor. Okay. Und wie wird das uns in? Die Janitorinnen sind alle auf dem Temp-Kontrakt. Sie werden verwendet, wenn ihre Backs gehen. Oder sie bitten für ein Tag. Also, wir finden einen dieser Mann, wir ihn an, und das ist unser Ende. Okay. Ist das ein Beispiel? Ich bin in der Temp-Kompanyi-Database. Ich habe einen Mann, um zu verbrechen. Ich habe einen Mann, um zu verbrechen. Ich habe hier ein Buch. Ich sehe... Harvey Molina. Licenseplate 83 QSL 722. Wir werden ihn folgen und sehen, was wir denken. Das klingt gut. Warte auf das Auto des Hausmeisters. Drücke Kreis, um auf das Nummer-Schild zu schauen. Nein. Nein. Das klingt gut. 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 Wie können wir machen? Wir machen die Arbeit. Dann können Sie die Daten abbrechen, wenn Sie da unten machen, was Ihnen machen können. Das könnte es ein Weg durch. Ja. Eine Weg durch ist das, was ich brauchen. Das ist es? Das ist nicht es. Es ist schwer, sich zu motivieren zu einem Job ohne eine finanzielle Incentive zu machen. Du kannst nicht ein Preis auf Freiheit. Das Spur wird nicht da sein für die Crew. Ich werde mich für Herrn Haynes fragen, ein Budget. Vielleicht die Geld aus dem Polito-Score. Wir brauchen etwas. Ja, sehen was du kannst. Oh, was das ist? Ein anderer Typ. Oh, das ist gut. folge den hausmeister bei meinem fahrstil wird es wohl eher nicht sein dass habe ich nicht bemerkt du bist du bei gta nicht aber rufen ist in ordnung oder was so 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 Total unauffällig. 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 Ok,相 climbaza. Total unauffällig. Total unauffällig. Total unauffällig. Vil bicycles. Total unauffällig. Hey, how's it going? Do you have another one of those, Harvey? Hello? Who are you? A guy with your best interest at heart. Fill your pockets with money. All you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Hey, you want the beer? Nah, just take the overalls. Oh, and your ID. What's in there? Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball? I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Wow! Ah! Oh, please! Ah! 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 Stierfabrik 100 million dollars worth of government security millions they blew that much government contracts license to steal wow we are in the wrong business now we've just taken the wrong contracts ah he's already here Begib dich zum büro oh hey Hey, what's the problem, dawg? Steve fucking Haynes! Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes, or it's Trevor, or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Yeah, whatever, dawg. It's either this, or Dylan Dimebag. The bullies come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building. A weakness, or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. Shit. I need the architectural plans. They're not online anyway, so I'm gonna need a paper conference. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission and the office is down in Backlot City. Alright. Franklin, you go tell him for a little while and then we'll talk. Alright dawg, I got you. Try not to hurt yourself. Yeah. Good, 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 good. Bestanden, dass Boreao ausmisten. Oh, damit wäre ich auch dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, nächste Folge an. Von GTA 5. Haut rein. Ciao. Tschüssi. Candidate. Duarte. Deseo. и? Ja. Ja. Ja.